Herr Arendt, der Tabellenführer besiegt den Tabellenzweiten. Beschreib mal kurz das Spiel. Ja, es war ein schnelles Spiel auf beiden Seiten. Ich glaube, wir hatten mehr Vorteile. Der Sieg ging in Ordnung. Gut, jetzt zum Schluss. Ich weiß nicht, ob das noch ein Tor war oder nicht. Das wird sich noch zeigen, aber ich glaube, der Sieg für uns geht in Ordnung. Das war's auch schon. Dankeschön. Martin Hinterstocker, erste Saison-Niederlage gegen Mannheim. Ein würdiger Tabellenführer. Beschreib mal kurz das Spiel. Ja, das stimmt. Muss man leider anerkennen, dass Mannheim heute deutlich besser war, deutlich aggressiver und mehr Chancen. Wir haben es unheimlich schwer gehabt, die Aggressivität überhaupt aus dem Drittel rauszukommen und haben dadurch auch zu viele Fehler produziert. Es scheint auch, dass die entscheidenden Zweikämpfe verloren gingen. Wie hast du das von deiner Sicht gesehen? Ja, Mannheim war einfach unglaublich aggressiv und bissig und wir haben uns schwer getan, in die Zweikämpfe reinzukommen. Herr Martin, das ist doch kein Gedanke.